Ja Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Stronghold 2 in der Kriegskampagne. Äh, ja wir waren, ich weiß gar nicht, guck mal, ähm, Pause. So, wir waren stehen geblieben, dieses Kloster wieder aufzubauen, glaub ich. Hier haben wir unsere fette Armee. Und unser Ziel ist es einfach, die angreifenden Truppen, die nachher von hier kommen, abzuwehren. Und, äh, eigentlich dürfte das nicht so schwer sein, wenn ich mal ein etwas taktischen, äh, ein etwas taktisches System verwenden würde. Was ich aber nicht tue, so auch immer. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, wir starten sofort mal wieder im Spiel. Und mir wurde geraten, was eigentlich sehr peinlich ist. Eine Mauer zu bauen. Ja. Vielleicht hätte man das vorher mal machen sollen. Okay, ich hab hier, ach, ich hab keine Waffenkammer. Stimmt. Keine Waffenkammer. Okay. Und Waffenkammer gebaut. So, Unterkünfte, ach, mein Mausrat spinnt ein bisschen. Ähm, äh, Unterkunft hab ich auch noch nicht. Okay, ähm, oh, Quatsch. Ja, muss ich die hinpflanzen. Ich pflanze die mal einfach hier hin. Lockiert die auch nicht immer den Weg. Ich kann sehr viele Bauern machen. Was ich aber nicht machen werde, weil Bauern sind einfach nur... Wie können wir die, ne? So, die zieh ich mal... Baumeister zu Diensten. Unsere Truppen werden angegriffen. Ach was? Hätte mir keiner sagen können, dass, äh, da die Truppen kommen. Nee. Anscheinend ja nicht. Natürlich. Ist das doof. Ich hab einen Stein zu verfehlen. Ich brauche mehr Stein. Ich brauche mehr Stein. Das schaffen die. Das schaffen die locker. Ja, dürfte eigentlich kein Problem sein. Wenn die mal angreifen würden, verdammte Hacke. So, das war's. Okay. Kein Problem. Ich weiß. So, ich werde hier... Diese... Krasse Mauer bauen. Oh. Die Mönche wollen da durch. Dann lass ich die doch mal da durch. Aber hier muss ich auch den Eingang zu machen. So. Schaffe mal, dass die nicht... Sich nicht da durchglitschen. So. Blub. Und drin sind sie. Nee, das hoffe ich mal nicht. Das wäre ja fatal. So, dann habe ich hier nämlich noch genügend Platz, um irgendwas zu bauen. Brücken vor. Und hier mache ich dann einfach noch ein Tor hin und ein paar Türme, damit ich hier von weitem die Sachen noch abwerten kann. Ähm. Und natürlich Menschenfallen. Menschenfallen sind sehr wichtig. Und ich baue noch ein paar Krugen hier hin. So. Bauern habe ich noch genug. Ähm. Jetzt könnte ich ein paar Bogenschützen brauchen. Bogenschützen. Eine, wirklich eine der wichtigsten Einheiten. So. Was gibt es denn noch? Schäfchen für Wolle? Nee, das ist eigentlich sinnlos. Ich brauche irgendwas Gutes zum Verkaufen. Oder halt, äh, jetzt mache ich was Gutes als Zopfen, oder? Ja, ja. Baue ich halt einfach eine, ähm, eine Herberge, ne, eine Schenke und mache dann eine Schatzkammer. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Gucken. Putsch eins. Okay, da kann ja noch was kommen. Ist das ein Bogenschütze? Euer Zeichen, Sire? Tatsache. So, dann baue ich jetzt mal ein Torhaus. So. Hingepflanzt. Und, ja. Och, hier so eine Treppe. Ach, das ist sinnlos. So. Das passt da nicht hin, mein Lord. Dann kann der nämlich schon mal hier oben hin. Einer bringt zwar noch nicht so viel, aber... Es kommt hier noch aus mir. Bogenschützen, bereit machen. Hoff ich mal. Rauf auf die Welle! So. Der Herr ist mein Meister. Die Menschen können mal hier stehen bleiben. Ich habe nämlich vergessen, was jetzt kommt. Ich glaube, die greifen meine Burg an. Ihr stört meine Gebete. Die sind ja jetzt noch nicht so wichtig. Erstmal brauche ich Bogenschützen und all das. Und noch was Schönes. Menschenfalle. Die brauche ich aber jetzt gleich. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ja. Es wäre jetzt nicht schlecht, etwas Gold zu haben. Habe ich irgendetwas? Oh, ja. Das kann ich doch verkaufen. So. Jetzt habe ich auch wieder 500 Gold. Das benutze ich, um Menschenfalle zu bauen. Es ist keine Musik da. Okay. Bei Horrorspielen heißt es ja manchmal was Böses. Oder was Gutes. Ich weiß es nicht. So. Dann können hier nämlich keine Leiterträger hier meine Burg erklimmen. Das passt da nicht hin, mein Lord. Das passt da nicht hin, mein Lord. Ach so, so. Ja, Musik könnte schon mal wieder anfangen, weil... Sonst muss ich die ganze Zeit was sagen. Wir brauchen Holz, mein Lord. Wir brauchen Holz. Ich habe fast kein Holz mehr. Ich habe kein Holz mehr. Leute, das ist doch doof. Der Wald ist weg. Ja, das könnte ich eigentlich auch bauen. Aber das ist viel zu teuer. Für den Anfang. So. Was kann ich bauen? 100. Oh. Okay, können die erstmal ein paar Hopfen weiterbauen. Dann kaufe ich erst mal ein bisschen Holz. Dann gucke ich nachher mal weiter. Ach, das kann ich verkaufen. So. Kaufe mir dafür ein bisschen Holz. Zack, 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 zack. So. Stein ist, äh, sehr guter Rohstoff. Den kann man immer gebrauchen. Vorrat reicht dann 17 Monate. Dann mache ich normal so 8 Monate. Könnte ich ja noch ein paar Hopfenfarm gebrauchen. Ach. Ah, für braucht es wieder Holz. Ist natürlich klar. 8 Monate ist ja schon ein bisschen wenig. Das Volk liebt euch, Sire. Ich kann ein paar Steuern erhöhen. So. Normaler Steuersatz. Hm. Minus 1. Neu. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Okay, jetzt mal so. Ich brauche mehr Hopfen und mehr Bier. Und Jauche-Kuchen-Typen machen diese... Ah, da kommt ja schon einer. Diese Ekeligkeit. Tja, wah. So. Da einbauen. Holz, das ist doof. Holz fehlt an allen Ecken und kann... Speere hoch! Was für ein Satz. Ziehen los! Oh Mann, das war jetzt irgendwie doof. Aber ich scheine noch genug zu haben. Die Bogenmacher machen auch schön ihre Arbeit. Und ihr macht mal auch hier hinne... Macht mehr Bier. Ja, ist gut. Ist gut so. Dann mache ich mal doppelt. Das Volk liebt euch, Sire. Kann ich nämlich jetzt nochmal die Steuern erhöhen? Normaler Steuersatz. Hm. Hm. Das Volk... Gehört euch, Sire. Ne. Bisschen... Normale Steuern ist doch normal. Deshalb auch normale Steuern. Aber das ist ja schon zu viel. Genau. Bringt mehr Bier. Der Vorrat schwindet. Ja, da kommen ja wieder zwei. Ich brauche noch ein paar Brauereien. Das ist ja... Hier schlimm. Hm. So, hier hinten in der Ecke noch welche. So. Und noch ein paar Gehilfe brauche ich. Brauche Gehilfe. Und wieso sagt er mir nicht, dass da irgendwas kommt? Es kommt ja einiges. Aber du, ich meine... Exzellente Kriegstaktik ist natürlich alles mit... Unsere Truppen werden angegriffen. Nichts. Rekruten benötigt, Sire. Die Bogenschütze sind wahrscheinlich das Hauptproblem hier bei dieser... Wie lautet der Plan? Das ist ja, äh... Krass. Wie lautet die Mission? Schmeckt das? Ich werde so verkacken. Das ist ja kaum auszuhalten. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Ja, komm. Was ist jetzt ab? Wo gehen die jetzt hin? Das ist ja schlimm. Unsere Werkzeuge sind bereit. Greif mal die an. Das ist ja... Was ich da sehe, ist ja nicht schön. Ja, macht genau. Okay, alle weggefetzt. Ja, pff. Äh, ich brauche... Stein. Natürlich habe ich mich darauf nicht vorbereitet. Das ist jetzt alles ein Plan, um es interessanter zu machen. Stehen zur Verfügung. Das ist der Kranke. Was soll das Shit? Wo ist der Feind? Los, runter. Ach, die sind da gefangen. Ja, ganz herrlich. Ganz herrlich. Zack, alle tot. Das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer, Jungs. Gebt uns etwas zu tun. Okay, irgendwie habe ich die Welle abgewehrt. Nein, tötet es. Tötet es. Tötet es. Bereits, Sire. Alles wird gut, Männer. Alles wird gut, Männer. Das finde ich schön. Macht mal hier das kaputt. Das ist ja schrecklich. Dieser Anblick ist ja, äh, eklig. Hallo? Sperrkämpfer, macht mal. Wir sind eure Leute. Okay, Angriff würde ich mal sagen, erfolgreich abgewehrt. Wir sind einsatzbereit. Denkt an die Ausbildung. Das war ja schon mal herrlich. Das war ja schon mal knapp. Waffenbrüder bereit. Sehr knapp. Neue Befehle. Das steht aber knapp. Das bedeutet, ich brauche mehr Menschenfallen. Menschenfallen. Das passt da nicht hin, mein Lord. Ja, die haben schon einiges gebracht. Das passt da nicht hin, mein Lord. Ich brauche mehr. Vor allen Dingen hier in dem Bereich. So, 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 so. Nicht, dass sie mir hier nachher alles... Wir brauchen Holz, mein Lord. Ich brauche Holz. Holz. Wieso habe ich da eigentlich einzelne Mauern gemacht? So, weg damit. Gold habe ich genug. Mal, äh... Rekruten benötigt, Scheuer. Komisch, dass ich Gold genug habe.